Hey ihr Lieben, hier ist mein wöchentlicher Rückblick mit meinem kleinen dicken Tinker-Pony, der später mal ein Spott-Tinker werden soll. Schreib mir mal in die Kommentare, was du für ein Pferd reitest. Vorab muss ich einmal sagen, er war diese Woche richtig toll, aber ihr werdet es selber sehen. Erstmal fing die Woche damit an, dass ich ihn erstmal schön frisiert habe und erstmal schön den Behang abgeschnitten habe. Wieso tue ich das? Vielleicht erkläre ich das mal in einem anderen TikTok. Gymnastiksprünge zusammen gab es diese Woche auch, Sportpien und Sport für mich. Und eine Wohnko musste leider auch her, fand er nicht so geil. Genau hingucken. Ja Leute, das ist mein Pony, was da läuft. Mein Pony, was vorher wirklich gar nicht vorwärts laufen konnte, was nicht galoppieren konnte. Guckt euch bitte diesen raumgreifenden, fleißigen Schritt schön mit einer tollen Schulterfreiheit. Natürlich habe ich mal wieder ganz viel Stuff gekauft, weil bald kommt ja der Sattel. Und ich bin die Woche geritten, wie ihr sehen könnt. Guckt mal bitte das braune und das weiße Ohr, wie süß ist er bitte. Ab und zu sitze ich mal ein bisschen drauf, aber mit Sattel wird das natürlich alles ein bisschen einfacher. Und ich freue mich einfach.